Und da gab es, glaube ich, diesen Detektor oder Detektor. Ich könnte ja auch ein Viehchen die Pension geben. Dann wird es stärker. Okay, wenn ich da jetzt dann nach rechts gehe, können wir mal gucken, was da noch auf uns wartet. Muss ja irgendwas kommen. Das kann ja nicht sein, dass es jetzt nur von diesem blöden Bieser Knosp abhängt, der sich nicht fangen kann. Nein! Ja, das ist... Rasa und Bieser Knosp sind die einzigen, die mir jetzt noch übrig bleiben. Ich bin da runtergehupft, ich Idiot. Ich habe oben... Vom Mondberg aus kommt, habe ich alles. Aber Rasa kickt mich immer weg. Das Scheiße. Ich überlege gerade, ob ich Arsch in die Pension gebe. Einfach, dass er nebenher ein bisschen stärker wird. Ich glaube, das spielt keine Rolle mehr. Scheiße! Das ist jetzt echt mies. Ich versuche jetzt, das Rasa mal zu fangen. Ich glaube nicht, dass der Zerschneider kann, aber... Ich brauche ja später auch noch eins für Stärke und so. Kommt ja auch noch. Surfer. Lauter so Sachen, weißt du. Schwierig. Jetzt kommt gar nichts mehr. Level 19. Level 19. Ah! Scheiße! Alter! Fick dich doch, du Drecksvieh! Jawohl! So, Rasa gefangen. Schwanzaffe. Steht da. Spitzname für Rasa. Hat einer Namen parat? Tyson? Wieder Mike. Ah! Entschuldigung. Hast du vielleicht? Es heißt der Tee. Ach man, ich hab... Ah, ich wollte auf Kleinbuchstaben und nicht auf... Ah! Ich hasse es! Das wäre jetzt lustig. Ja, es war klar. Okay. Also, wir haben ein Problem. Es bleibt nur das Bieser Knosp übrig. Giftwolke. Der kann Giftwol... Der kann Giftwol... Der kann Giftwolke, kann er lernen. Wie kann denn Rasa bitte eine Giftwolke ausstoßen, außer durch Mundgeruch? Wirbel, wenn das Schwachsinn. Der Tee. Mr. Tee. Er lernt Giftwolke. So, was war das andere da noch? Konfustrahl. Kann der Konfustrahl lernen? Haha! Kann er lernen? Konfustrahl verwirrt. Scheiß auf Gesang. Verwirrt ist besser. Ja, ich habe immer noch dasselbe Problem. So, insgesamt jetzt. Tatsächlich. Hat sich nichts geändert. Ah, Bonita ist auch cool. Mein Problem ist immer noch, ich habe kein Viech, das... Ob der Schneider kann. Ach, Mann. Schenk mir irgendwas. Dito gegen Smogmog. Ich habe kein Dito. Kacke, ich habe ein Problem. Ich habe... Habe ich nicht gerade... Wieso ist das Level 31? Level 31? Genial. Was ist hier gerade los? Habe ich jetzt... Zählt ja das gerade als andere Route oder was ist hier los? Warum? Ja, aber nicht die Level. Die Level sind nicht random. Schau. Level 18. Das ist so. Gut. Aber doch nicht Level 31. Schön, wie jetzt da... Tolle Tiere auftauchen. Pinsir kann, glaube ich, Zerschneider. Ich kann nicht davonlaufen. Nein! Du fuck, Spiele, Alter. Du rickst mich voll auf. Dick dir doch ins Gesicht, Mann. Ich habe doch Schutz aktiviert. Wieso kommen überhaupt Viecher? Ja, ist Gollbart wieder weg. Das ist was zum Kotzen, Alter. Ja, jetzt wirkt der Schutz nicht mehr. Deine Mami, Alter. Unfair. Einfach unfair. Verpackte Scheiße. Darf ich meinen Arsch wieder freilassen? Da habe ich gar keine Lust drauf. Egal, Level 17 ist eh wurscht. Ja, mein Arsch ist schon wieder tot. Lebe wohl, Arsch. Möge deinen Stuhlgang irgendwen befreien. Ja, ich muss dieser Knost fangen. Das ist das Einzige, was geht. Und dafür brauche ich... Ach, nicht das. Die konnte das, oder? Psiwelle, ja. In der Hoffnung, dass das mit Psiwelle funktioniert. Alles andere ist... Nicht mehr machbar. Schauen wir mal. Was für ein Witz, hä? Das könnte... Das könnte was werden. Ja! Warum denn nicht gleich? Ich hätte mir so viel Ärger... Einfach... Samen. Braun Namen. Der Arsch muss immer hinhalten, damit es mir gut geht. Dafür ist der Arsch ja da. So, wir hatten Namen parat. Besamt. War irgendwie klar, dass das von dir kommt. Besamt war leider schneller als Bulma. Ende im Gelände. So, und jetzt pass auf. Jetzt schaue ich erstmal, was er kann. Boah, ist der schlecht. Absorber, Kratzfurie, Schlamm... Wieso können die alle schlamm barat? Keiner braucht Schlamm barat. Giftpuder kann ich ihm auch noch beibringen. Düdl düdünk. Oder? Ich hab doch noch eine TM mit Giftpuder. War da nicht was? Ne, hab ich die schon verbraucht. Schön, dass ich jetzt ein Level 5 Viech hab. Nur für Zerschneider-Scheiße. Voll gut. Okay. Arena-Kack. Äh... Ah, ich wollt grad sagen, der hat Elektro, aber das ist ja... Entspricht ja gar nicht der Wahrheit. Ich weiß ja gar nicht, was die haben. Okay. Das ist das. Da gibt's einen Trick, aber den kenn ich nicht. Irgendwo hier, glaub ich, ist... Irgendwo der erste Schalter normalerweise. Oder auch nicht. Naja. Komm, den Level mal ein paar Level hoch. Da Major Bob. Major, Major, Major Bob. Uh, der hat sogar Elektro. Schau an. Natürlich. Ich bin immer paralysiert. Oh, Level 9. Dieser Knopf könnte nämlich mal... ...könnte mal wichtig werden später. Deswegen bummse ich ihn vielleicht ein bisschen mit hoch. Wollte grad sagen, entwickelt er sich nicht bei Level 16, aber das ist ja schon... Okay, das war der eine. Der eine, der eine. Oh, okay. Der hat einen Dictory. Oh, nein. Bin ich grad ernsthaft von der einzigen K.O. Geo-Attacke, die nahezu niemals trifft. Gewonnen hittet worden. Geofisur. Wie, was mache ich? Geofisur ist eine Todattacke. Trifft aber vielleicht... ...in... ...eins von 20 Fällen. Kann ich doch nicht wissen, dass der so eine Attacke hat. Schau. Der macht die... Alter. Ja. Alter, was geht da? Der ist unbesiegbar. Fuck. Halt's im Aul, Alter. Keine Wirkung, natürlich. Äh, scheiße. Ich kotze, Alter. Geofisur. Die dümmste Attacke in diesem Spiel und die trifft. Da kannste... Da hätte ich ein Level 99 Viech haben können. Und er wäre tot. Oh, willst du mich völlig verarschen? Schau dir das mal an. Oh, mein jetzt. Ne, ich hab kein Belieber. Ich kann jetzt Rasa hoch trainieren. Zwei, drei Stunden. Oder sterben. Das sind meine Möglichkeiten. Scheiße, Alter. Was mach ich denn jetzt? Bis ich dieser Knopf hoch trainiert hab, ist Weihnachten, Mann. Und Rasa ist ja auch nicht stark. Oh, scheiße, Alter. Ich überleg grad, ob ich neu anfange. Ob sich das rentiert. Oh, mein Alexi. Ella ist mir ja egal. Die ist einfach gestorben. Weil die dumm sind einfach, weißt du? Aber Alexi, Mann. Level 35. Scheiße. Mann, ich will das nicht. Verpiss dich. Das ist einfach nicht cool. Das ist... Das einzige, was ich jetzt machen kann, ich kann versuchen, ob ich ihn hier hochtrainiert bekomme. Aber mächtig hochtrainiert, weil unter Level 25 brauch ich's gar nicht versuchen. Okay. Okay. Aber selbst da, Rasa ist jetzt... Ist halt normal Kampf, weil es bringt mir eigentlich gar nichts. Tauros! Irgendwas stimmt hier nicht. Kann das sein, dass der... War der grad Level 3? War Tauros grad Level 3? Hab ich das richtig gesehen? Wieso war der Level... Also... Konter... Ah! Ne. Wieso war der Level 3? Stehe ich nicht. Ah! Ah! Das ist Glurak! Ja, das ist jetzt das einzige, was mir übrig bleibt hier. Rasa! Rasa! Als letzte Hoffnung. Dieser Knopf kannst du vergessen. Der ist nicht stark. Und auf Level 36 hoch. Alter, der... Nur 17 Mal Doppelkick. Versuch's jetzt einfach. Das bleibt mir übrig. Ich hätte natürlich auch vorhin... Ich war einfach... Mein Problem ist, ich war so unfassbar frustriert über den Tod von Alexi mit nem scheiß K.O. Move. Es gibt in diesem Spiel Geofisur, Guilotine und ich glaub noch einen. Das sind K.O. Moves. Die, wenn sie treffen, One-hitten die. Aber die treffen nahezu gar nicht. Und... Danach hat man ja gesehen. Pummelhof und so hat das auch gemacht. Da trifft's nicht. Nur dieses eine Mal. Bei meinem Hypno hat's getroffen. Ne, Metronom macht eine zufällige Attacke. Wählt's da aus. Also von allen Attacken wird eine zufällig ausgewählt. Und genau dieses eine Mal trifft, weißt du? So viel Pech musst du erstmal haben. Weil er wäre... Wer hätte angegriffen, der Hypno, wäre er tot gewesen. Das hätte der gar nicht überlebt. Aber nein, ich sterbe. Ach, egal, komm. Nicht aufgeben, mein Schatz. Das Blubstrahl ist... Und leider habe ich keinen Beleber gefunden. So, jetzt ist der Doppelkick dann bald vorbei. Noch fünfmal. Mit Level 23 schaffe ich die Arena nicht. Oder schaffe ich mit Level... Meteorhagel auch nicht. Dieses Meteorhagel gibt's, glaube ich, in der Gen 1 doch gar nicht. Du schreibst dir da einfach irgendwas. Wie mache ich denn das jetzt? Mit was für einem Level schafft denn Rasav... Was hat denn der Major Tom nochmal für ein Level? Ich glaube so 26, 27, oder? Oder Level 20. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist schon so lange her. Man, früher habe ich mich hier richtig gut ausgekannt. Und jetzt? Level 25, glaube ich, sollte ich schon sein. Oh, mein Knogger! Knogger hätte auch was werden können. Am Anfang noch. Das Ding ist, wenn ich neu starte, muss ich mir einen neuen Random... Neuen Seed heißt es ja offiziell. Muss ich mir dann machen. Weil sonst ist alles gleich und das wäre ja langweilig. Komm, eins noch und dann... Das Ding ist, ich habe jetzt auch keinen Nerv mehr, hier ewig rumzutun, weißt du? Meine Motivation ist so weg nach dem... nach der Niederlage jetzt. Level 25. Komm, jetzt fährt Level ab. Ich verstehe auch gar nicht, wieso hier so schlechte Viecher mittendrin sind. Okay, Level 25. Ich probiere es jetzt, okay? Ein Trainer ist ja sogar noch offen. Ah, falsch. Mal erst mal den besiegen, da geht es ja schon mal los. Und die letzte Rettung ist dann dieser Knoster da. Bam! Der barzt sie alle weg. Aber da... besamt! Bis oben hin besamt! Okay, Mr. T, du bist die einzige Rettung. Hier ist noch ein Trainer. Der Ranger. Ja, klar, hat der ein Elektek! Das war's, das habe ich verloren. Gegen Elektek komme ich nicht an. Oder doch? Nein. Der hat keinen Feuerschlag! Hä? Mautzi! Mautzi schaffe ich. Blutzug schaffe ich mit etwas Glück auch. Nein, schaffe ich nicht. Kasi, hallo! Mir geht's gut. Ah! Und selber? Der kann nicht, der ist besamt. Was stand da? 29, 59, okay. Ein sehr okay, schaffe ich. Zwei. Fass es nicht, dass ich das Glück gewonnen habe. Drei. Okay. Hä? Vielleicht ist Rasav ja doch zu was nützlich. wie viel braucht denn der noch für Level 26? 635. So, jetzt muss ich das blöde Mülleimerrätsel da lösen und dann schauen wir mal, ob wir gegen Major Bob gewinnen können. Ich wage es zu bezweifeln. Ich habe irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl gerade. Ich habe das Gefühl, ich muss von vorne... Wo geht's? Prima, Bina. das Gefühl, ich darf bald von vorne anfangen. Das wird toll. Okay, hier ist nichts. Hier ist ein Hebel versteckt. So, jetzt ist die Frage... Genau, wo ist der andere Hebel? War das hier? Das ist so dumm. jetzt kann's nur noch? Okay. Jetzt habe ich eine Chance von 1 zu 4. Natürlich. Gibt's da nicht einen Hinweis? Lesen. Wen denn lesen? Ja, das weiß ich, dass da Schalter versteckt sind. Direkt neben dem ersten, okay. Dann kann's jetzt nur noch rechts sein, oder? rechts. Du hässlige Arschbummeranze! Okay. Yay! Also Kasi, dass du die Frage stellst. Sag mal, wo lebst denn du? Wo lebst denn du? Sieht doch jeder sofort, dass das Pokémon ist. Okay, los. Rasa, die letzte Rettung. Du Wicht. du wichst. blablabli blablabli blablablo. Ich war fand ihn frühest immer mit seinem Reitschuh Marcellus voll beeindruckend. Ah, nein! Das ist genau der Typ, gegen den ich keine Chance habe. Keine Wir... Digga, ich habe doch gegen Gestein keine Chance, du hässliger! Level 12. Und X-Tempo. Ach, komm, du stinkst. Es war's, Leute, ich muss von vorne anfahren. Ja. Ich muss eh von vorne anfahren. Das hätte ich jetzt auch mit Tränken nicht weghalten können. Das war jetzt nicht mehr... Aber ich hätte jetzt... Schau mal, Level 28. Ich hätte jetzt auch Level 30 sein können mit Razav. Razav ist gegen Gestein, da hast du keine Chance. Scheiße, Alter. Mist, Alter. Zwei Orden haben wir nur geschafft, oder ich? Peinlicher Fickfack. Okay.